wir müssen nach nordwesten naja mehr westlich als nördlich also stopp wollte noch ein stück kannst nach westen gut da ist ein steil gut stopp er gut so in diese richtung ungefähr eine klassie wenn das nächste mal jemand aufs boot kommt dann habe ich vorbereitet zwei knarren in der hand deckt sich niemals mit einer mit einem mann mit einer kanone an ich auch irgendwie geil gemacht dass man nur kanonen mitnehmen kann über will das ist jetzt mal unendem munition hat ja ich finde ich finde jetzt von uns aus gesehen geradeaus zu normalerweise die da vorne rechts ja genau die da wo geradeaus drauf zu fahren ich finde wir müssen aber noch so ein bisschen mehr kanonenkugeln rein machen also verschiedene arten von kanonenkugeln black grey genau so ein bisschen wäre es halt schon geil wenn man so ente haken hätte oder so oder noch alle oder grape shots hätte für den nahkampf mit dem schiff zu nahe kommt oder so das wäre halt schon geil so ein bisschen oder wenn man dann auch die schiffe anzünden könnte aber auch ziemlich geil ich meine das spiel ist an sich schon geil genug aber ich meine man könnte es doch mit ein paar mehr ein bisschen verschiedener in der arten funktion kann man das noch besser machen der noch nicht fertig naja ist klar jetzt genau die insel ist es da vorne rechts oh lol ciao was soll das denn keine ahnung fuck mich nicht ich bin am anker sagt bescheid ganz ruhig ganz ruhig vor allem dieses klackern von den kugeln da drin der kass geht auch noch besser hier mit spaß mach deinen job alleine was sind wir denn überhaupt bei steinen wo was draufsteht ich glaube wir sind hier oben an der spitze so ein bisschen kann sein das ist ein chicken alter ein paar Holzbatter gibt es ja auch hast du wie ein paar Skelette okay ich weiß wo ich bin ich bin jetzt beim Holz stecken da muss ich dann einfach genau da 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 hier ist ein vogelkäfig ne ein schlangenkorb was kann man ein schlangenkorb man kann eine schlange ich kann eine schlange ich hätte eine schwarze schlange gefangen what the fuck nehmt mir mit guck mal da nehmt sie mal in die hand oh die spuckt dich an alter alter ey pass mal auf guck mal ah ah alter was für ein drecksvieh die guckt dich auch noch direkt an weißt du wenn du sie aufhebst ich will da oh Skelette ja es ist egal was es ist ja dann wächst mal zur Schaufel oh 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 vielleicht ja vielleicht auch oh ohne hinzugucken Alter wir kriegen echt heute keine gute Beute habe ich das Gefühl ok du bist die Schlange ich nehme die Schlange mal mit ne die kann man ja im Handelsbund verkaufen ah ah missvieh ey die guckt dich auch so an schon so gefährlich weißt du ah 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 das sieht aus wie ein darstel unser Schiff bewegt sich Leute unser Schiff bewegt sich wirklich was ist das denn ich bin ja nicht tot ich lange tötet mich ah ich lange habe mich getötet auch mal nach dem Wasser äh nach dem Wasser na ahnung Anker ich weiß Hä 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 unser Anker unser Anker ist oben Hä wie hat den Anker hoch gemacht doch ich habe runter gemacht bei ihm auf unserem schiff von mir ist auch kein schiff in der nähe okay unser schiff bewegt sich trotzdem ich hätte erstmal die schlange was mit dem schiff ich habe keine ahnung der anker ist auf jeden fall oben der anker ist auf jeden fall unten meine ich es bewegt sich es dreht sich es fährt einfach weiter obwohl der anker unten ist oh mann ey wir müssen uns jetzt schneller umführen oder? sieh warte stopp jetzt hä? 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 ich verstehe es nicht ich war gerade total verwirrt ich habe den anker selbst gerade nach oben nicht verstehe packen die doch nicht dahin alter ah ah wo soll ich den sonst hinpacken wenn wir runter müssen haben wir auch ein problem ah ah dreck sie man ah ja alter was für dreck sie man alter holy moly au ich geh wirklich gucken ah komm her komm her ich leg diesmal hier hinter der Ecke vom Schiff hier so ah geil äh wir haben es glaube ich alle Karten ja wir haben alle die haben die Seefahrt, wir müssen eine neue Seefahrt machen ah diese Schranke alter nur ah ne ich will keine ich will für diese abstimmen okay ja anfängst du mal ja wieder oh drei Schätze auf einer Insel ne das ist ein bisschen Schäden wo sie ihr survived kann aber sie guckt mich trotzdem an das ist voll creepy alter ne uuuh viel schlimmer wäre es wenn sie aus dem Käfig ausbrechen würde ne war dabei so schön sie die ist müssen sie es eigentlich schaffen können ja ich meine die kann durch den Kopf durch den Kopf rausgucken also komm schon Im Winter kriegen wir ein Problem. Wieso? Links da ist ein Schiff, aber steht, okay. Aber es ist wieder so eine Schaluppe. An der Insel da links. Naja, wir haben hier keinen Schießpulver. Also... Ne? Schlange? Ja, wir haben eine Schlange. Können wir ihn ja anbieten. Weißt du, also wenn es unser Kumpel wie eben ist, dann wird er ja da runter rennt. Dann wird er von der Schlange angespuckt. Ja, stimmt. Eigentlich ist die Schlange richtig fühlt. Aber ich muss da bloß nicht runter gehen. Er wird auf jeden Fall runter gehen, weil wir gucken, was für Schätze wir haben. Und dann sieht er, diese Schlange wird direkt angespuckt. Geil. Ne, da ist eine Insel, Niklas, vor uns. Ich muss mal kurz abdrehen, muss mir gleich wieder die Richtung geben. Ja. Ja. Welche Richtung muss überhaupt? Ja. Du bist richtig. Du bist richtig. Okay. Okay. Jan! Ja. Attacke! ILL Du bist eine TrCC. Entfodedig. hat der tat hat er will sich geräusch gewesen man sie starten geräusch ich wieder irgendwo unter wasser scheiß drauf das ist ja gleich die insel da vorne als die stein gesteinige etwas davon ist ja direkt sein oder ab und rechts das irritiert vor dieser kompass auf deiner brust alter ich bin neben mir ich brauche einen besseren kompass funktioniert nicht perfekt aber in welche richtung ist mir das ist das wegen der insel das normal ok zieh mal die segel ein bisschen ein ok reicht erst mal reicht ich weiß noch nicht wo ich unseren land bringen ich glaube da vorne links zwischen den steinen da kann man glaube ich auch normal hochlaufen und unterlaufen wenn ich dazwischen reinkommen in der schalupe müsste es normalerweise gehen oder sieht ziemlich eng aus als ich am anker fest und anker hier ist ein stator wir haben direkt auf der stator geparkt wir haben direkt auf der stator geparkt also von den blauen ist okay wir haben hier drei schätze einer müsste ungefähr hier sein ja habt den ersten hier ist ein also wenn ich habe ein paar ziemliche ist geld vor bei dem ja so wo ist das dritte skelett da war noch drei ich habe mich nicht käfig gefunden da kann man schicken mitnehmen und verkaufen vielleicht mein schwarz gefilter sohn mitgenommen zu schwarzen zu einer schwarzen schlange wird auch ein schwarzes chicken alter die scheiß schlange spuckt das hühnchen an ja mache ich es auch die schlange alter spuckt erst mal das hühnchen an ich glaube es nicht ich habe die vertragen sich so aber die gibt erst mal beef zwischen den beiden der drohe des blinderers was denn schießpulver fast nein bitte nicht oh nein bitte nicht oh nein bitte nicht wirklich lange ich habe das schießpulver damit sogar nicht getroffen was war das denn was hast du gesagt mit schießpulver nicht getroffen ich habe einen schweinesteiger vorgelegt echt jetzt ja alles lange noch später dann kann ich dich damit zufrieden stellen weil ich nicht mehr oder weniger mit der füllen schweinchen na geht schon äh wir müssen einfach eine insel fit mit dem schwein drauf ne müssen wir halt nur na gut wir werden wir bestimmt finden aber so lange wir vielleicht das schweine in den stadt bild behalten aber wir haben schon so wieder so viel zurück es lohnt sich schon fast wieder zurück zu fahren alter äh meintest du vielleicht diesen schweine stall hier ja den ich da oben hingestellt habe müssen wir nur noch ein schwein finden auf der nächsten insel wenn noch eine fehlt noch ein bilder okay hier ist das heißt wir sind auf der anderen seite ich sollte mal munition auffüllen alter wenn ich so unser schiff ansehe es tut mir schon so ein bisschen leid das schiff hier oben sein bauch 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 hast du wenn jetzt nicht über uns ein unwetter auftaucht na geht schon ich regel dann keine sorge doch hab ich noch ein bisschen verwirrt wie wo es genau ist jawohl jetzt muss die blöcke zugang dass ich bin tot also da war ich noch nicht mal dran ich hab ein skelett mit schießpulver von meiner nase aufgetaucht und ich habe dann auch schieß früher fast geschossen aber ich war noch nicht mal so nah dran dass ich sterben konnte in vollem leben ich habe glaube ich gerade den spot gefunden gehabt wo die truhe war was denn keine ahnung die hunde spinnen gerade egal folge ist vorbei